Ich glaube, wir müssen gleich mal als letztes die Zugbrücke bauen, weil sonst kommt man nachher nicht mehr über diesen Lava graben. Der wäre relativ übel. Musik macht mich gerade wahnsinnig. Du hast Musik an? Ja. Ich auch. Aber ich muss ja lizenzfeier Musik laufen lassen deswegen. Doch nein, wir wären jetzt doch wieder da. Okay. Ich glaube, ich wäre wieder da. Ich mache mir gerade noch einen Tee, das dauert so ungefähr 10 Minuten. Warum musst du das alles in der Aufnahme machen? Tee ist gesund. Weiß hat er da so ausgedrückt? Also mancher Tee ist von mir. Wir sind jetzt mal im Teamstick. Bis gleich. Ich bin im Restaurant. Welcher Anlass? Hunger. So. Das fühle ich mich dann doch ziemlich verarscht. Du halt. Wenn du jetzt so vor... Langsam kotzt du mich an, dass du eine Aufnahme in WhatsApp rumlungerst. Weißt du das? Bei der nächsten Bewegung wirst du für 5 Minuten gebannt. Bei der nächsten Bewegung? Nichts Bewegung. Achso. Besprich wenn du wieder in WhatsApp rumlungerst. Du hast Steine. Du besprichst Steine. Passiert. Aber interessant dir einfach mal so zu folgen. Wenn ich dran denke, sind die ganze Zeit oben und unten immer schwarze Ba... Ich hab nur weitere Blöcke in meinem Inventar getan, falls dir das nicht stört. Das war deine Schaufel. Das hab ich gehört. Jetzt muss ich mich über deine Schaufel wieder ins Inventar tun. Ja. Ich bin zwar selbst überrascht, dass die Enderman so ein Geräusch grad machte. Aber gut. So, dann müsste ich die Mauer ja einmal rum sein. Richtig? Richtig. So. So weit. So. Mal schauen. Wie weit ist das brennen? Na fast doch. Ups. Plötzlich bin ich sofort vor deinem Gesicht draufgetaucht, wa? Hab ich nicht gewöhnt. So. So. Dann sägst du dir bitte selber Erdblöcke, so dass die Lava nicht einfach weiter fliegt, weil sonst fließe kaum noch welchen Block du schon hast und wirklich nicht. Oder mach einfach, wie du meinst. So für du kriegst den Graben voll. Ich glaub ich sollte nicht noch mehr Eisen verbraten. Sonst haben wir bald kein Eisen mehr. Ja. 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 Du gehst da rein, du wirst natürlich wieder weg. Ich bin grad auf der Minecart Strecke, deswegen. Du musst warten. Ich weiß, dass bei dem anderen Gebäude auch ein Bett ist. Du sagst, wenn du da bist. Du kennst doch wie lange diese Strecke dauert, wie lange diese Strecke ist. Aber ich weiß ja nicht, wo du... Ja. Ich bin dran. Leg dich doch schon mal einfach ans Bett. Würde ich mal so sagen. Sag mal, weißt du zufällig, ob wir da drüben klebrige Kolben oder... Klebrige Kolben haben... Klebrige Kolben haben wir... Klebrige Kolben haben wir... Klebrige Kolben, also Sticky Pistons haben wir nicht. Nein. Jetzt weiß ich mal die noch... Haben wir Schleimbälle? Äh... Slimeballs... Müsste ich jetzt mal schnell gucken, bevor ich in den Never renne. Moment... Ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher. Okay, renn erstmal... 27 Slimeballs haben wir insgesamt, ja. Gut, dann bring mal bitte... 1, 2, 3, 4, 8, 8, 8... Äh... Gleich. Du weißt ja jetzt. Du weißt doch, wo ich jetzt bin. Ja. Na ja, gleich. Wenn du kommst. Ne. Wie ich seit Anfang der Session immer noch diesen Goldapfel im Inventar habe. Ja, wir hatten mal einfach gecrafted und seitdem habe ich im Inventar nie mehr da rausgenommen. Und das ist auch nur der normale, nicht der OP-Apfel da, weißt du. Hm, weibig. Wo auch immer du das... Wo auch immer du das wissen solltest. Hä? Nein. Versteh ich mal eher... Äh... Ich meine... Ich meine Keys. Wahnsinn. Weil auch Keys existiert. Krass, ne? Ja, ziemlich. Ja. Sooo... Wie... Ach, die Stelle. Wo war der denn? Und was wollte ich jetzt holen? Haben wir nur schon Redstone? Hast du jetzt dein ganzes Inventar voller Lagerheimer? Du bist auf ein Feld. Okay, das ist schlecht. Nee, dann lass mal... Dann kannst du auch die Slime-Bälle ruhig da lassen. Nee, toll. Jetzt hab ich sie schon im Inventar. Gut, dann tu sie da in die Kiste. Also hier vorne am Backseat. Die Kiste. Okay. Ja, ich sollte das zu Hause sein. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Schlimm ist, dass ich kurz erst mal Ich konnte das Minecraft nicht mal einsammeln Was? Ich konnte das Minecraft ja nicht mal einsammeln Echt nicht? Nein, das hast du eingesammelt Oh Echt, der hat jetzt nicht gesagt, dass du nicht so stirbst Kleiner Saftsack, du Dafür verbrenne ich gleich die Ja? Blindwolf Genau Dann mach das, dann verbrennst du jedes Mal, wenn du in den Berg treten möchtest So, jetzt komm ich auch wieder zurück, dann kannst du gleich das Minecraft wieder haben Ich weiß auf jeden Fall, dass hier ein weiterer Baum gleich wegbrennen wird Dann fäll den doch bitte Sonst klemmt das die Buch Auch du es? Material App gefügt Segen Sie, welche App Ihrer Meinung nach unter Jugendlichen am Main Ah, genau Riefen, sag du mir doch mal die vier von Jugendlichen am Main genutzten Apps Facebook Von Bildern Facebook Facebook Äh, ja doch, Facebook kannst du ja Bilder nutzen Ja Äh, Instagram Instagram Ehhhh Ehhhh Und jetzt... Wie viel Gröschen, ne? Jetzt hab ich langsam auch keinen Plan mehr Worüber haben wir denn vorhin nicht ganz nett geredet? Dass du doch bist Eigentlich hab ich... Was? Nix Ne, das war... Ähm Das war der Herzblock Ups Nein, WhatsApp und Snapchat Aaaaaah Scheiße, Scheiße, Scheiße Scheiße Das hat er jetzt schon wieder gemacht Hauptsache, die Eimer verbrennen So Ja, was wird das denn jetzt von mir? Ich bin voll in die Lava reingesprungen Ah, bitte tot? Ja, wir haben noch keinen zusätzlichen Tod gekriegt Bitte nur Gehe ich gar nicht Nicht in deiner Nähe Nicht in deiner Nähe Hast du die Flaggen... In welchen Kits hast du die Flaggen bekommen? Ohhhh Hahahaha Hast du die wieder mitgenommen? Hahahaha Ähm Ähm Äh Ich bin... Ich bin auf dem Weg Und du hast die wieder mitgenommen Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Ich glaub, der Wasserkocher ist scheiße. Lass mich immer gleich sagen. Was, die? Ja, was ich? Ja? Der Wasserkocher ist scheiße. Ugel. Ugel, 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 Ugel. Ugel, 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 Ugel. Ugel, 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 Ugel. Ugel, Ugel, Ugel. Weil der ist ganz schön lange weg, der Bastille. Ja, wobei. Wenn du das nächste Mal brauchst, bring bitte noch mal zu zwei Flasen Kreuz. Bring mal 8 Stück mit! T-t-t-t-t! Ich brauche doch mehr. So. Das dann? Oh scheiße. Wo auch immer hier der Gast ist. Ah, ich hab den Gast gefunden! Wer ernsthaft eine Tür zerstört hat. Egal! 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 Ich kann mal überlegen, wie ich das jetzt so toll hingekriegt habe. Oh, die Tür, die er zerstört hat, hab ich übrigens im Inventar gehabt. Die hätte ich wieder platzieren können, aber das wusste ich ja nicht. Oh, da würde ich mal hoffen, dann ist das noch richtig im Topf ab. Keine Ahnung! Ich bin doch wieder auf dem Weg zurück. Bin schon, wer weiß, wie oft jetzt die Minecraft-Strecke jetzt am Fahren. ... 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 Ja, klappt doch. Oh, ist doch schon wieder nachts. Ich hab keine Zeit zum Schlafen. Ich auch nicht. Hey, irgendjemand hat mich angezeckert, mein Handy hat vibriert, wuhu. Juhu, er hat Häume. Na, ich noch. Entschuldigung, was ist das? Hä? Was haben wir jetzt hier für einen Schwachsinn verknüpft? Das war jetzt Panne vorne. So, machen wir das auch gleich mal. Zack, zack und zack. Und wieder zack, zack und zack. Ich hab noch so viel vor mir. Ich darf noch tausendmal in den Never laufen, wie es aussieht. Ja. Der Graben wird breiter, deutlich breiter. Jedes Mal, wenn ich Erde abbaue, verbrennt die Erde sofort in der Lava. Woosa. Trotzdem will ich mal wissen, welcher Vollpfosten denn da jetzt einfach gerade jetzt... Ah, okay. Scheinbar wird das noch länger dauern mit ihm. Anscheinend, ja. Ja. Und Lava, Lava, Lava. Lava, Lava. Lava, Lava und... Lava, wer hat das gedacht? Das ist doch scheiße so. Ja, ich könnte nicht mal die Lava wieder einsammeln. Äh, die Lava einsammeln, sag ich schon. Dort einsammeln. Was... Ist denn das hier? Äh, ein Jump'n'Run ins Haus rein, oder was? Ey, das kannst du vergessen, da solltest du eigentlich jetzt nicht... Aber... Samantha, jetzt mach doch. Ich spür, ans wäre ich jetzt ja wohl nicht hier drin gewesen. Ja, jetzt liegt's denn da. Hier, pass auf, guck. Wo bist du? Moment, ich komme. Ich steh jetzt vor der Tür, wenn du jetzt mal aufdraust, pass auf. Zack. Zack.